Hallo zusammen und herzlich willkommen hier aus der TakeTV-Location in Krefeld, wo am Samstag das Powerplay-Event stattfinden wird. Dort werden wir die Partien der Europameisterschaft nachspielen und jetzt losen wir die Partien bzw. die Gruppierungen aus und sehen mal welche Länder, welchen Spielern und Persönlichkeiten zugeteilt werden. Wir, das sind der Marius, der am Samstag auch das ganze produzieren wird und ich, ich bin der Basti, ich werde das ganze hier mitkommentieren von eben dieser Couch hier. Aber ja, ich würde mal sagen, wir verschwenden gar nicht großartig Zeit und schauen einfach mal, welche Spieler, welche Nation vertreten werden. Genau, also ich würde sagen, wir fangen an mit Gruppe A direkt. Die Gruppe besteht aus Frankreich, Rumänien, Albanien und der Schweiz und ich habe hier die erste Flagge in der Hand, das ist Frankreich und jetzt kann der Basti die Glücksfee mal auslosen, wer Frankreich vertreten wird am Samstag. Ich habe hier so ein wunderbares Glas, das ist die Büchse der Pandora sozusagen. Schauen wir mal, wie wir jetzt finden werden. Das ist so spannend. Ich habe noch nie was ausgelost in der Art. Ich bin auch richtig nervös gerade. Für Frankreich beim Powerplay Event antreten wird der Hardy. Der Hardy. Kann er direkt die weiße Flagge zeigen, würde ich sagen. Wow. Ja, die Frankreich-Witze. Ich glaube, die werden auch nicht aufhören am Event-Tag selber. So, nächste Flagge. Die Schweiz. Die Schweiz. Die Schweiz ist sowieso so ein Team, was nie wirklich schlecht war. Das ist immer so ein Underdog, hat immer so ziemlich irgendein Resultat, war immer dabei, wo man sagt, boah, die Schweiz hat aber den und den geschlagen. So, weißt du? Haben die nicht sogar bei der WM irgendwie gegen Spanien gewonnen, so ein 1-0? Ja, stimmt. Das war die Schweiz. 2-1 war das, glaube ich. Könnte ja wieder so sein, nur nicht in dieser Gruppe. So, mal sehen wir jetzt für die Schweiz Antritt. Es ist... Oh, der gute Salzor. Einer der Profispieler vom VfL Wolfsburg. Kommt auch vorbei und wird hier Pro Evolution Soccer spielen und für die Schweiz sein Bestes geben. So, nächstes Land, Albanien. Albanien. Pui. Jetzt nicht bekannt für ihren guten Fußball. Aber... Haben sich qualifiziert und am Samstag kann natürlich alles auf den Kopf gestellt werden, was die FIFA-Rankings angeht. Mal sehen. Antreten für Albanien wird... Peric. Peric. Für Albanien. Kennst du irgendeinen albanischen Spieler noch? Nein. Ich kann auch keinen mehr. Wunderbar. Aber Peric. Aber Peric ist jetzt... Und als letztes Rumänien. Rumänien. Für Gruppe A. Dann hätten wir die erste Gruppe komplett. Und wen hast du gezogen? Es ist der gute Jens Knossala. Für Rumänien. Für Rumänien. Also Gruppe A komplett. Und ja, spannende Gruppe, würde ich sagen. Wen hast du als Favorit? Du meinst jetzt von den Teams her oder von den Persönlichkeiten her? Von den Persönlichkeiten her. Ich bin ein großer Fan von Jens, muss ich sagen. Deswegen wünsche ich ihm das Beste natürlich. Wobei ich glaube, dass der Salz auch mit die beste Chance hat. Ich meine, der ist sozusagen ein Fußballspiel-Profi. Ja, muss man natürlich ihn als Favoriten sehen, rein objektiv. Aber ich hoffe, dass der Jens das macht. Und die treten ja in 2 gegen 2 Teams an, ne? Das stimmt. Also es kann natürlich sein, dass ein Fan oder Zuschauer vorbeikommt, der dann nochmal alles rumdreht, was die Resultate angeht. Aber wir werden sehen. Kommen wir mal zur nächsten Gruppe, würde ich sagen. Das ist Gruppe B. Und die besteht aus England, Russland, Wales und der Slowakei. Und fangen wir mal mit England an. Eine Nation mit sehr jungem Line-Up. Dieses Jahr habe ich gesehen. Das stimmt. Also die alten Hasen sind quasi mittlerweile aussortiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die was reißen. Die neue Generation hier bei den englischen Nationalspielern von Leicester City und Co. Das müssen wir mal sehen. Antreten für England wird beim Powerplay-Event Scholorox. Scholorox für England. Interessant. Mal sehen. Wir dürfen nicht vergessen, wie der Marius vorhin das auch schon gesagt hat. Die bringen ja alle jeweils noch einen Kollegen mit sozusagen. Das ist entweder jemand aus den Fans sozusagen oder einfach eine dazugehörige Person, die sie schon im Vorfeld ausgesucht haben. Das sagen wir aber auch immer dazu, wenn wir das schon wissen. Ist nur bei einigen schon bekannt. Dann kommen wir zum direkten Nachbar von England, Wales. Ui. Von Wales? Ich weiß nicht. Es gibt glaube ich nur zwei Spieler von Wales, die man überhaupt mal kannte, oder? Ryan Giggs kennt man als Namen noch. Die Manu-Legende. Und jetzt natürlich Gareth Bale. Also Bale wäre der Hard-Carry sozusagen bei Wales. Ja, genau. Immer auf die linke Seite rausspielen und damit Bale durchrennen. Mal sehen, ob das die Taktik wird. Die Frage ist, für wen? Für wen, ja. Ziehen jetzt mal. Für Wales antreten wird... ...Nursa Jahic. Für Wales. Da wäre ich jetzt auch mal gespannt, was die Leute so dazu sagen, weißt du. Ob die dann so ein bisschen Nationalstolz entwickeln, wen sie jetzt vertreten. Vielleicht geschminkt hier auftauchen. Wäre mal mit Flaggen, weißt du. Das wäre cool eigentlich. Wäre mal interessant zu sehen. Noch ein Trikot kaufen. Vielleicht hat der eine oder andere schon ein Gareth Bale Trikot. Dann kommen wir zur Slowakei. Slowakei? Ist auch ein Underdog-Land, würde ich sagen. Hat man nicht so auf dem Schirm, so wirklich. So ähnlich wie Wales tatsächlich. Also in der Gruppe sieht man wahrscheinlich Russland und England als klare Favoriten, um da weiter durchzugehen. Mal sehen. So, für die Slowakei tritt an Till von Beepart Gaming. Für die Slowakei. Alright. Und dann letzter in der Gruppe. Also nicht unbedingt letzter, aber letzter gezogen wird hier Russland. So, für Russland wird antreten... Oh, der gute Nomi. Der gute Nomi. Ein bekanntes Take-TV-Gesicht. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie er sich schlägt. Ist ja eher für Heroes, StarCraft und Hearthstone bekannt. Also mit Fußball, glaube ich, ist nicht so richtig was am Hut. Der bringt den guten Gerd am Herd mit. Auch ein Heroes-Pro-Gamer von Team Liquid tatsächlich. Mal sehen, ob die eine Chance haben. Die werden natürlich in Grund und Boden geflamed von uns. Ja, ich bin gespannt. Für Russland, die beiden. Aber Kommunikation ist bei denen ja vorhanden. Und auch so die Grund-Skills hat man ja auch. Kommunikation, ganz wichtig, wissen wir beim Gaming. Die beiden waren schon mal in einem professionellen Team zusammen. Genau. Auch hier beim Powerplay-Event natürlich durchaus von Vorteil. So, dann kommen wir zu Gruppe C. Und das ist diese Gruppe hier. Dort haben wir den, auf den alle Augen gerichtet sind. Würde ich sagen, ziehen wir gerade mal zuerst. Deutschland. Wer wird Deutschland vertreten? Also ich denke mal das Heimatland für die meisten, die kommen. Ich glaube sogar für alle wahrscheinlich. Vermutlich. Ja. Und ja, alle Augen auf ihn gerichtet. Wenn derjenige versagt, wäre natürlich ganz schlecht. Ja. Hier ist wirklich der meiste Druck drauf. Ja. Also für den Deutschland-Pick. Wer kann Deutschland vertreten? Wer muss Deutschland vertreten? Ja. Wer nimmt diese Bürde auf sich. Ja. Wieder in der Vorrunde auszuscheiden. Oder Ehre. Also. Je nachdem. Ja. So. Für Deutschland. Dein Powerplay-Event. Tritt an. Booty. 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 Oh mein Gott. Ich glaube, dass er keinen besseren treffen kann als Booty. Jawoll Booty. Ja. Damit lässt er einen ganz schönen Druck auf den Kollegen. Ich habe schon gesehen, dass er getwittert hat. Er braucht sehr viel Hilfe bei diesem Event. Ach echt? Ja. Jawoll. Mal sehen. Umso spannender, ob Booty hier was leisten kann. Hammer. Tja Booty. Ich würde mal sagen, das benötigt einen Raketenstart. Um hier durch die Gruppe zu segeln. Du alte Scherzbohne, du. Witzig. Auch nice. Danke. So. Die anderen Teams in der Gruppe. Natürlich Ukraine, Polen und Nordirland. Der klare Favorit natürlich bei dieser EM. Nordirland. Machen wir mit Nordirland direkt weiter. Für Nordirland. Mit Booty und Deutschland in der Gruppe. Wäre natürlich auch bitter, wenn er dann Deutschland raushaut. Also. Oh. Der Hero Marine. Ein StarCraft II Profi hat die ESL Meisterschaften gewonnen. Schon mehrmals tatsächlich. Schon mehrmals. Also Grundskill auch hier vorhanden. Die Mechanics sozusagen. Und auch am Tischkicker. Hier in der Location macht er meistens eine gute Figur. Stimmt. Also gut vorbereitet. Er meinte auch schon, dass er ab und zu mal das ein oder andere Fußballgame zockt auf der Konsole oder am PC. Ach ja. Von da her mal sehen, wie er sich hier schlagen kann. Ja. Als nächstes. Ukraine. Ui. Die Ukraine. Ich glaube, ich kenne nur einen. Andrei Shevchenko kenne ich noch. Von der Ukraine. Das war mal ein Profi. Der hat auch bei Mailand gespielt. Ich glaube sogar kurzzeitig bei Madrid. Mal sehen. Für die Ukraine treten an die Zockerdudes. Zockerdudes. Mal sehen, ob die das zusammenreißen können. Hier aus der Gruppe. Ukraine wird wahrscheinlich um den zweiten Platz kämpfen, denke ich, in dieser Gruppe. Zusammen mit Polen. Nordirland wird man jetzt wahrscheinlich eher nicht so auf der Karte haben. Ja. Mal direkt sehen, wer für Polen antritt. Ja. Die letzte Flagge hier in Gruppe C. Polen ist zurzeit auch relativ stark im Vergleich zu sich selbst in früheren Zeiten. Auch da Lewandowski. Ja. Hard Carry. Auch Piszczek von Dortmund natürlich auf der rechten Seite. Hat auch schon Leute wie Christian Ronaldo mal im Griff gehabt in internationalen Spielen. Plaszikowski spielt in der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob der noch spielt, aber das war auch ein starker Spieler tatsächlich. Es gibt so einige, die man immer gar nicht so auf dem Zettel hat. Antreten. Antreten für Polen. Haben wir auf dem Zettel. Silvano Naruto Bovo. Ja. Auch von TakeTV. Auch ein StarCraft Caster sozusagen. Ich weiß nicht, ob der irgendetwas mit Polen zu tun hat in seiner Wurzel. Vermutlich eher nicht. Wird sich aber identifizieren müssen mit den Jungs. Und dann wünsche ich ihm natürlich alles Gute in dieser Gruppe. Wobei wir wissen, dass Silvano überhaupt gar nichts drauf hat, was Gaming angeht. So ist es leider. Aber er ist ja auch nicht alleine. Letzter Platz vorprogrammiert eigentlich. Aber es nützt ja nichts. Aber er ist ja zu zweitens mit jemandem Team. Also noch nicht alles verloren. Und zwar wird er zusammenspielen mit dem einzig wahren Dennis Gehlen. Dennis Take in Gehlen. Das wird lustig. Für Polen. So. Gruppe D. Drei Gruppen haben wir noch. Und diese Gruppe besteht aus Spanien. Der Tschechischen Republik. Der Türkei. Und Kroatien. Und ich habe hier direkt mal die Türkei. Die Türkei. Wer tritt für die Türkei an? Die Türkei auch immer so ein Land. Die Last-Minute-Türken gab es mal als Spitznamen. Die Last-Minute-Türken. Weil die immer in den letzten Minuten das Spiel noch gedreht haben. Haben lustigerweise trotzdem das schnellste WM-Tor aller Zeiten geschossen. Ja. Mit Hakan Sükür. 2002 war das. Richtig gut. Das geballte Fußballwissen hier, Freunde. Was ist da los? Das wird top vorbereitet. Aber die Türkei schafft es auch ab und zu mal ins Halbfinale. Allein 2008 gegen der EM gegen Deutschland. Damals rausgeflogen natürlich. Mal sehen, ob es diesmal anders wird. Und zwar wird antreten der Ahrensburger Alex. Mit Stadtnamen im Namen. Sicher. Für die Türkei. Sind wir mal gespannt. Die Türkei auch immer mit richtig aggressiven energetischen Fans unterwegs. Tatsächlich. Bin ich mal gespannt, ob hier in der Location auch einige auftauchen werden. Um den Ahrensburger Alex dann zu unterstützen. Ja, die fahren immer gut auf hier. Also die Leute. So ist es. So. Als nächstes haben wir Kroatien. Habe ich hier gezogen. Kroatien auch immer so ein Land. Ich weiß nicht. Ab und zu schaffen sie es auch mal ein bisschen weiter. Aber eigentlich nie wirklich weiter als das Achtelfinale bei einer WM. Haben aber auch den ein oder anderen Spieler. Ich denke mal die Kovac-Brüder sind einige noch bekannt. Aus guten alten Zeiten. Oder wie heißt der? Mandzukic. 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 Der auch bei Bayern gespielt hat. Oder bei Real Madrid. Oh stimmt. Der Mittelfeldspieler. Blond. Blond. Wir kennen ihn alle. Wir kennen ihn alle. Wir kommen nur nicht drauf. Der blonde Mittelfeldspieler bei Real Madrid. Genau. Der gute alte Passgeber. Mal sehen. Antreten. Mit der Türkei. Wird Visigai sein. Ich hoffe wir haben den Namen richtig ausgesprochen. Visigai für Kroatien. Kroatien. Kommen wir direkt zum nächsten Land. Da haben wir noch die Tschechische Republik. Und da muss ich sagen, die waren früher immer so ein kleiner Herzensstein. So ist es wirklich. Aber liegt natürlich auch speziell in unserer Generation. Mit Rosicki Koller. Pavel Nedved kennt man wahrscheinlich auch noch. Einer der stärksten tschechischen Spieler. Vielleicht sogar einer der stärkste Spieler, den man so kennt. Bei Juventus ewige Zeiten gespielt. Aber ja, ich weiß gar nicht. Mittlerweile. Mittlerweile haben die nicht mehr so viel. Milan Barosch gab es damals noch mal. Deren Torwart hier. Peter Tschech kennt man auch noch. Der spielt wahrscheinlich immer noch für die. Der spielt wahrscheinlich immer noch. Auch immer noch bei Chelsea gesetzt als Nummer eins. Von daher würde mich wundern, wenn der hier nicht mit auftauchen wird. Für die Tschechische Republik antreten wird der gute Knochen. Knochen. Für die Tschechische Republik. Ja. Jetzt eher als Counter-Strike-Caster oder Persönlichkeit bekannt. Aus Tschechien jetzt nicht so viele gute Counter-Strike-Teams, würde ich mal behaupten. Und bei Knochen würde mich halt nicht wundern, wenn er abends ein paar Tore schießt auf der Konsole. Also durchaus bestimmt könnte ich mir vorstellen, dass der erfahrene Konsolendadler auch ist. Und mal gespannt, wie der sich schlagen wird. Als letztes in der Gruppe D haben wir Spanien. Ja, auf den Spanien lasst er natürlich ein ordentlicher Druck jetzt. Speziell nach der letzten WM vor zwei Jahren. Die müssen gut was reißen dieses Jahr. Sonst sieht es finster für die aus. Die Generation geht ja auch so langsam ins Altersheim. Ja, tatsächlich. Mit Iniesta, Xavi und Co. Von daher mal sehen. Auch Ika Casillas ist nicht mehr das, was er mal war. Aber ja, da gibt es natürlich auch immer noch die ein oder anderen Talente. Das sind immer auch die Spanier. Ja, manche sind immer gute Kicker. Ich bin gespannt, ob Torres. Fernando Torres. Weil der ist zur Zeit wieder halbwegs in Form. Da hat er ewig langes Tief. Hat ja mal quasi die EM gewonnen. Quasi für Spanien mit seinem Tor gegen den Philipp Lahm. Oh, das war so fies. Und da bin ich mal gespannt, ob der aufgestellt wird. Aber noch viel spannender jetzt, wer von unseren Promis hier für Spanien spielen wird. Und damit auch eine kleine Bürde mittragen muss. Auf jeden Fall starke Mannschaft. Mit einer starken Mannschaft hat man natürlich sowieso automatisch so eine kleine Bürde bei diesem Turnier. Antreten für Spanien. Ein Powerplay-Event wird N-Rated. Ein alter League of Legends Spieler, der auch in SK Gaming zum Beispiel mitgespielt hat. Ein Team, das damals von Ocelot, einem Spanier, zum Beispiel geführt wurde. Nicht, dass das hier irgendwie helfen würde, aber vielleicht eine kleine Verbindung dazu. Aber auch Pro-Gamer gewesen in dem Fall. Und dann hat man ja immer so den Drang zum Sieg, sag ich mal. Vor allem kommt man mit Druck besser klar in dem Moment natürlich. Ein erfahrener Turnierspieler. So ist es. Tja, also das war es mit Gruppe D. Dann geht es weiter mit Gruppe E. Das ist eine sehr starke Gruppe. Das kann man so sagen, ja. Vermutlich eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Gruppe bei dieser EM. Wir erinnern uns in unserer Gruppe zum Beispiel mit Deutschland drin. Einfach Nordirland und die Ukraine. Teams, die man jetzt nicht unbedingt als Top-Teams bezeichnen würde. In Gruppe E ist es tatsächlich ganz anders. Und zwar haben wir dort Belgien, Italien, Irland und Schweden. Genau, der Slater mit am Start. Und fangen wir mal an mit Belgien. Auch immer eins der Teams, das verdammt gute Spieler individuell hat. Und junge auch. Sehr junge Spieler. Auch immer sehr weit kommt tatsächlich. Und immer als so ein Mix aus Underdog und einem der Favoriten dieses Jahres gilt sozusagen. Auch bei der WM gut abgeschnitten. Verhältnismäßig jedenfalls. Da müssen wir mal sehen. Hier Eden Hazard zum Beispiel. Einer der besten Spieler, den es zurzeit gibt. Auf dem Flügel. Spielt der immer noch bei Chelsea. Auch ein wunderbares Tor gerade am Ende der Saison geschossen. Mal sehen, wer die Jungs hier spielen darf. Und das wird der gute Jay von Pizmied sein. Der spielt mit dem Mikkel zusammen. Der einigen bekannt sein dürfte. Und ja, der Jay spielt einiges an Fußball auf der Konsole. Also ich glaube nur auf der Konsole. Ich weiß nicht, ob es auf dem PC ist. Ja, einiges tatsächlich. Von daher wird er hier gut abschneiden wollen. Ja, und natürlich auch große Fanbase von den Jungs. Und dementsprechend wollen die sich natürlich auch nicht blamieren hier. Aber kommen wir mal zum nächsten Team. Italien haben wir. Italien. Unser Lieblingsgegner bei großen Turnieren. Habe ich gehört. Auch immer eins der Teams, das uns Deutsch natürlich besonders irgendwie am Herzen nagt. Jedes Mal wieder. Wir erinnern uns an Balotelli vor vier Jahren. Ja, da gab es so einige Games, an die man sich erinnern kann gegen Italien. Ich meine, die haben uns rausgeschossen. Von daher müssen wir mal sehen, wie die hier abschneiden. Und wer die spielen darf, der kriegt einen unserer Hassgegner hier beim Powerplay-Event. Es ist der gute Basti zockt. Basti zockt für Italien. Basti zockt für Italien. Sind wir mal gespannt, wie er abschneidet. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum der Titel so aussieht. Last-Minute-Änderung. Wasserlauben Basti. Basti mit dabei für Italien. Stark. Und als nächstes Irland. Irland. Und ich weiß nicht, Irland kann ich ganz schwer einschätzen. Irland ist immer so ein Team, das so früher auf einer Stufe wie Schweden zum Beispiel geratet wurde. Allerdings ein bisschen abgestiegen ist in letzter Zeit. Aber auch immer für eine Überraschung gut sind. Sind wir mal gespannt, wer die Jungs hier spielen darf. Mir fällt auch gerade tatsächlich kein großer irischer Spieler ein. Interessant. Früher die Keens kennt man vielleicht noch. Roy und Robbie Keen, die bei Manchester United auch beide gespielt haben. Boah. Bestimmt irgendwas, was offensichtlich ist, was mir gerade einfach nicht einfällt. Wir suchen einfach mal, wer die Jungs denn spielen wird. Und es ist der gute Dave vom VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg. Einer der Profispieler dort. Wie der Salzor. Und bei ihm natürlich dann ganz besonderer Druck. Ja. Er muss ja quasi zeigen, dass er der Top Dog ist. Ja, so quasi andersrum. Bei anderen ist es die Nation, die irgendwie stark ist. Bei hier ist es dann der Spieler, der stark ist und eine gute Leistung abliefern muss. Und auf Irland wäre wahrscheinlich nicht so seine Favorite-Mannschaft gewesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Hätte er die Wahl gehabt. Aber dementsprechend umso spannender, ob er mit Irland dann alles reißen kann. Interessant wäre es, wenn wir in irgendeiner der Ausscheidungsrunden dann Italien-Irland gegen Nordirland sehen. Da gibt es ja in der Wirklichkeit tatsächlich eine große Realität. Müssen wir sehen, ob das im Fußball dann auch so ist. Vermutlich schon. So, machen wir mal weiter. Ja, und zwar Schweden. Zlatan Ibrahimovic. Ein besonderes großes Stück in meinem Herzen gilt diesem Mann, was Fußball angeht. Und für die Nationalmannschaft sowieso immer saustark. Ja. Wir erinnern uns an das 4-0 gegen England mit seinem Fahrrückzieher-Tor. Das ist auch einfach zeitlos, dieses Tor. Also das wird in 50 Jahren noch angeschaut. Also wirklich eine unfassbare Legende. Müssen wir gar nicht weiter darüber reden. Schweden an sich natürlich auch einfach ein starkes Team. Immer wieder gute Persönlichkeiten gehabt. Jungberg kennen wir noch. Oder Henrik Larsson zum Beispiel. Also wirklich gute Spieler. Auch gegen Deutschland als Comeback. Ja. Zum Unentschieden. Also auf jeden Fall eine Mannschaft, die man nicht abschreiben sollte. Im Real-Life so wie auf unserem Powerplay-Event. Und für die Jungs spielen. Darf und muss die Gruppierung der Gamer Brothers. Die Gamer Brothers für Schweden. Mal sehen, wie sie abschneiden. Ja. Ich bin gespannt. Schweden eines der Teams, mit dem man tatsächlich weit kommen kann. Mhm. Und damit kommen wir zu unserer letzten Gruppe. Der Gruppe F. Bestehend aus Portugal, Island, Österreich und Ungarn. Und fangen wir mal mit Portugal an. Einer der offensichtlichen Namen, der einem direkt in den Kopf springt, ist natürlich Cristiano Ronaldo. Ihm fehlt ja auch noch so ein internationaler Titel. Das ist auch, was ihn persönlich sehr stört. Will er ja immer wieder. Der weint sich auch wirklich in Grund und Boden. Nicht nur, wenn er gefault wird, sondern eben auch, wenn er dann mit seinem Team rausfliegt. Bei der WM oder EM zum Beispiel. Ja. Deswegen, ja. Natürlich auch eins der Teams, das dadurch auch gern gespielt werden möchte. Man möchte mit Cristiano Ronaldo spielen. Man möchte die Skills abziehen und mit dem Schuss aus 30 Metern sein Türchen schießen. Mal sehen, wer für die spielen darf. Es ist ein Powerplay-Event. El Cupido. El Cupido für Portugal. Wenn sie wieder abgeschnitten wird. Dann bin ich mal gespannt. Ich bin vor allem gespannt, tatsächlich wie viel Einfluss die Mannschaften dann auf die Platzierung haben. Also ob sich da wirklich was tut, wenn man so ein Cristiano Ronaldo im Sturm hat. Oder ob eben dann der mit dem Maerskill hinter der Konsole mit der schlechteren Mannschaft auch was reißen kann. Vermutlich eine Kombination aus beidem. Würde ich zumindest mal raten. Jetzt Island. Island. Weiß ich gar nichts drüber. Island im Fußball hat tatsächlich noch nie viel gerissen. Ist aber bekannt für die Mauertaktik. Island war immer der Klassiker. Irgendwie vorne ein Tor reinkriegen und dann wirklich mit 10 Mann verteidigen. Vielleicht eher mit 9 Mann und noch einen im Sturm behalten. Und irgendwie diese Tür hinten zu halten. Werden wir mal sehen, ob das auf der Konsole genauso ist. Bei unserem Powerplay-Event. Spielen für Island. Wird auf jeden Fall. Und Björk. Der Kevin. Eine der League of Legends Legenden. Hat auch bei SK Gaming lange gespielt. Jetzt bei Summoners Inn mit am Start. Super Subscriber-Alert hat er auch. Hab ich gehört. Ich spiele nämlich immer den Hey Kappa Kappa Song vom guten R3Z. Der übrigens ich bin. Für die den Witz trotzdem nicht verstanden hat. Musste ich kurz humble braggen. Ich hab Hey Kappa Kappa geschrieben. Kommen wir als nächstes zu Österreich. Österreich. Interessant. Wir haben tatsächlich auch immer wieder mal ein ganz gutes Line-Up. Dieses Jahr auch wieder. Es gibt immer so ein paar Spieler, die dort wirklich stark sind. Anders als bei Schweden zum Beispiel. Oder generell anderen Teams, wo dann immer ein Spieler wirklich groß heraussticht. Sind es bei Österreich viele, die auch so mittlerer Klasse spielen. Sehr viele Österreicher in der Bundesliga. Auch in der Premier League zum Beispiel. Arnautovic. Der Name sagt einem vielleicht was. Früher mal bei Bremen. Jetzt bei Stoke City. Unfassbar starker Spieler auf rechts. Ja. Werden wir mal sehen, wie die abschneiden. Es ist der gute Sola. Sola. Ja. Ist der ja so lala. Nice. Nice. Kleiner Spaß. Der wird für Österreich antreten. Ja. Und damit sind wir bei der letzten Mannschaft. Der letzte Mannschaft. Und das wird Ungarn. Bleibt natürlich nur noch eine Person übrig, die hier für Ungarn antreten darf. Lothar Matthäus zum Glück nicht mehr Trainer. Das war eine ganz fiese Zeit. Und das ist natürlich der norddeutsche Junge. Der hier für Ungarn antreten wird. Wow. Mal sehen, was er reißen kann. Ja. Für die Jungs aus Ungarn. Tja. Damit wären wir komplett spannende Ziehungen, würde ich sagen. Welche Gruppe freust du dich am meisten drauf? Boah. Also bei all den Spielern. Also von den Spielern her oder von den Nationen. Von der Mixtur her. Also ich finde es natürlich super, dass Budi Deutschland bekommen hat. Ja. Also wirklich sehr, sehr stark. Ja. Deswegen müssen wir natürlich sehen, wie er sich durch dieses Turnier fräst. Aber er muss natürlich weiterkommen. Also Budi, wenn du da nicht weiterkommst, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Kein Druck, aber du musst eigentlich. No pressure. Ja. Muss der Sieg drin sein. Ja, ansonsten. Oh, schwer zu sagen. Rein von den Persönlichkeiten her finde ich Gruppe D auch sehr interessant. Ich glaube aber das Gruppe E, also einfach die Todesgruppe sozusagen von den Mannschaften, die auch einfach sehr interessant wird. Man weiß noch mal nicht, was dort passieren wird. Wenn man jetzt zwei Persönlichkeiten hat, die, was ich, zwei Teams gegeneinander spielen, wie zum Beispiel England und die Slowakei oder so, wo auf internationaler Ebene in der Wirklichkeit das relativ klar ist, England gewinnt es. Bin ich mal interessant, wie das hier ist, wenn zwei Personen vom gleichen Skill her gegeneinander spielen, ob es dann wirklich genauso ist. Ja. Und ja, die Spieler ingame einen Unterschied machen oder nicht. Ja, sollte ein sehr interessantes Event werden. Ich bin sehr gespannt. Gruppierungen sind auf jeden Fall der Hammer. Ja, und wir freuen uns. Ja. Kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Am Samstag ist es schon soweit. Und ja, TakeTV, Krefeld, Alte Linnerstraße. In der Description findet ihr die ganzen Links, alle Infos zum Event, auch wie ihr euch anmelden könnt. Und ja, ich denke, vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Zuschauen ansonsten aber auch online auf Twitch.tv slash TakeTV. Ja, gerne einschalten. Wir werden alle hier sein, diese Matches kommentieren. Es wird ein super Samstag werden. Die Spieler sind natürlich auch alle hier. Könnt ihr hier kennenlernen. Bestimmt stellen sich einige davon auch bereit, mal ein Foto zu schießen mit den Fans. Und ja, denke ich, ist auf jeden Fall ein Grund, vorbeizukommen. Wird auf jeden Fall der Hammer. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen natürlich ihr auch. Und bis dann.